Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Let's Play O-Ton. Wir sind hier mal wieder an derselben Stelle. Lasst uns mal wieder davon nerven. Und anstatt jetzt allerdings hier irgendwie uns die RPG weiter mitzunehmen, das bringt sowieso nichts. Ähm, machen wir da direkt mit der... Ah, geh doch in Deckung, du Otto. Machen wir da direkt hier mit dem ganzen Kram. Oder, ja, schließen wir hier auf die. Und versuchen mal den Adams ein bisschen dazu zu benutzen, uns hier ein wenig Luft zu verschaffen. Ähm, ja. Und wir werden auf jeden Fall hier weiter von allen Seiten beschossen. Nee, was ist jetzt schön. Wow. So, komm her. Alles klar. Alter Schwede. Roms, das hat gesessen. Sehr gut. Alles klar. Jetzt, äh, müssen wir die Sonne hier einsammeln. Ah, das ist echt ne krasse Stelle, finde ich. Also, das ist super unübersichtlich. Und man muss hier halt auch tatsächlich total krass durchs Feuer rennen. Und das tatsächlich irgendwie so in Kauf nehmen, ne? So. Hier. Hohle die mal weg. Mal gucken, ob mir das... Das reicht. Oms. Ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? Alter. Hier dreht man sich mit dem Ei aus der Deckung und schon ist man halbtot. Let's go, moving! Come watch him! He's in the open! Das ist mal verrecken. Meine Güte. So, jetzt hier. Jetzt gucken wir uns mal da hinten um die Horschies. So. Tak, tak, tak. Ein paar Headshots verteilen. Wenn wir den einen treffen. Ey, jetzt kommt hier auch noch ein Sniper. Ich raste gleich aus. Ehrlich. Wird gleich echt ungehalten. So. Da ist noch einer. Zack. In die nächste Rübe. Ne, 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 ne. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? So, den haben wir. Wo ist der denn? Also, irgendwo ist hier noch einer. Ah, da hinten, da hinten. Ah, 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 ah. Da sind noch hier Mengen. Genau, Marcy, fertig. Kill dem. Kill dem now. Ah, Menschenskinder. Ey, war ein Stress. Echt stressig. So. Was zum Geier? Was machst du denn hier? Och, ne. Ne, 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 ne. Alter. Oh, fuck off. Ehrlich. Son of a bitch. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt müssen wir den ganzen, ich werde mit euch den ganzen Bums nochmal machen. Also, die Checkpoints im Spiel, ich will jetzt den Tag nicht vom Abend loben oder verfluchen, ehrlich gesagt, aber die Checkpoints im Spiel sind die Seuche hoch drei. Manchmal sind die total einfach gesetzt. Und es gibt so Szenen, so Stellen, wo du wirklich echt... Fuck you. Ehrlich. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ganz ehrlich, warum macht man so eine Stelle? Das ist doch einfach nur reine behinderte Schikane, oder? So, friss und stirb. Sackgatze. So. Jetzt mach hier mal da die Arschbananen fertig. Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich. Ja, du machst mir Spaß. Run for it. Okay. Na, komm, jetzt kommen doch hier bestimmt gleich die drei Turbohoshis da rausgelaufen, oder? Nicht? Verdammt. Ah, da kommen sie. Hey, es tut mir wirklich leid, dass es jetzt diese Szene ist, und die auch so mega nervig ist, und ich habe auch echt keine Ahnung, wie ich das jetzt am vernünftigsten machen soll, außer hier gleich irgendwie vollkommen auszurasten, die Konsole durch das halbe Wohnzimmer zu prügeln, und dann anschließend mich hinzusetzen und neben der Aufnahme einfach versuche, das Level durchzuzocken. Das ist echt eine Scheiße hier, ey. Fuck off. Meine Fresse. Ja, genau, ja, genau, richtig. Fuck you all. Welchen Turret? Welchen Turret? Oh! 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 That's down, Dad! Look at that grenade! Bring him down! Oh! Last dial is down! Oh, come on! Komm, wir��, ich mich nicht für dich, wenn du fährst, bin ich nicht für dich. Oh! 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 Genau, jetzt kommt noch der Sniper. Jiffika, yay, ehrlich. So. Ach, ja. Nee, halt, 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 halt. Nein, mach den da oben fertig. So. Menschenskinder. Ich hoffe, das war's jetzt erstmal hier mit diesen ganzen... Aha. Jetzt können wir nämlich hier mal so richtig einen raushobeln. Sonst noch irgendjemand, irgendwelche Fragen? Gut. Dann hätten wir das ja. Äh... Granatwerfer, M-206, boah. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Das ist doch mal vernünftige Art, wer hier. So. Meine Fresse. Oh, 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 oh. Ganz schnell wieder zurück. Lauf da rein! Oh, lauf, 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 lauf! Alter Schwede. Ey, ich bin hier echt kurz vor der Explosion, ne? Das ist... Wie behindert kann eine Steuerung echt sein? Also, man könnte es wirklich einfach machen, dieses Spiel, aber nein, man möchte ja gerne den gekonnten und geübten Let's Player auf die Palme treiben, indem man so einen behinderten Scheiß macht. Wenigstens habe ich jetzt hier den Checkpoint. Meine Fresse, ey. Da. Na ja, komm hier, ruhig raus mit der Rübe. Äh, okay, das könnte vielleicht in die Hose gehen. So. Und so. Ja, genau so wollte ich das haben. Genau so wollte ich es haben. Ach so, da oben ist auch noch der Sniper. Hervorragend. Ich hoffe, er ist wirklich tot. Ist das eine ranzige Kackstelle, ne? Ist es eine ranzige Kackstelle? Ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sitze ich jetzt da schon dran? Zwei? Ich glaube, zwei, ne? Ja. Meine Fresse. Na ja, die nächste Folge ist auch gleich vorbei. Vielleicht, äh, skippe ich dann einfach den Part und sag, äh, hier, ich hab's geschafft. Toll. Vielen Dank. Oh Gott, ey. Fuck off. Aber, man muss ja dazu sagen, so fühlt man erst richtig mit den Charakteren mit. Ehrlich? Ist nicht euer Ernst, oder? Ist wirklich nicht euer Ernst. Jetzt werde ich auch noch hinter dem bekackten Turm auch noch weggeblasen, ey. Das ist nicht zum Kotzen. Zum Kotzen. Normalerweise bin ich ja nicht so ungehalten bei solchen Spielen. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, weil es einfach ultra heiß ist und ich jetzt einfach hier weiterkommen möchte. Es ist nicht zu glauben. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Parts ich jetzt schon bei dem Spiel habe. Und wir sind kurz vorm Ende. Also ich weiß, dass es jetzt wirklich nicht mehr viel kommt. Also ich weiß, dass es jetztOld— Ich weiß, was ich Ihnen jetzt schon bei dem Spiel ist und ich habe ja nicht mehr oder besser gesagt. Oder er ist ja nicht mehr. Oh Gott, wie gehört! Gehle est rect unite, oder? Der Sniper ist auch noch da oben, um den hat es natürlich keiner gekümmert, war ja klar. So. Kommt hier noch einer. Jawoll. So, jetzt wollen wir da mal gucken, ob wir uns jetzt hier rauswagen können. So, jetzt verpisse ich mich nämlich wieder. Na, schön, hier, Lockvogeltaktik. Ja, ich versuch's, ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. An der Stelle machen wir jetzt einfach mal Schluss. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal draufgehe und das nicht nochmal spielen muss. Also, in diesem Sinne, dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020